hallo ihr lieben heute ist wieder batikzeit und ihr seht schon ich habe schon so weit alles aufgebaut wir fangen heute mit einem kopfkissenbezug an und habe die leichenfarmen wie beim letzten mal ich habe auch wieder so ein bisschen den turbo eingeschaltet aufgrund dessen weil es eben sonst immer ein zu langes video gibt ihr aber trotzdem die möglichkeit habt jeden schritt zu sehen und hier habe ich jetzt das ganze wie eine zieharmonika gefaltet und dann als schnecke zusammengerollt und jeweils mit so einer haushaltsgummi fixiert und dann mit unterschiedlichen also diesen typischen muster dann die gummis verteilt und um dann da auf die jeweiligen dreiecke die dadurch entstanden sind dann die farben zu verteilen ich habe wieder die gleichen farben wie gesagt genommen wie beim letzten mal und habe mich nur diesmal entschieden die farben ein bisschen intensiver zu machen als jetzt zum beispiel bei beim letzten mal letztes mal waren sie ja doch eher pastellig jetzt sind sie halt dann doch eher noch intensiver und genau also dadurch müsst ihr euch da so ein bisschen schauen was er euch wünscht und dementsprechend auch die intensität ein bisschen reinmachen ihr müsst genauso darauf achten dass das vom gewicht her stimmt also wiegt gerne mal eure teile vorher damit ihr ungefähr wisst wie schwer die sind weil hinten auf den verpackungen steht drauf für wie viel gramm zahl die farben geeignet sind und dann vielleicht so ein bisschen also ich mache unheimlich viel zwar auch vom gefühl her aber ich schaue natürlich trotzdem wie schwer ist jetzt das ganze beziehungsweise wie dick ist der stoff und da könnt ihr euch dann so ein bisschen orientieren und ansonsten muss es auf jeden fall sehr sehr warmes wasser sein also teilweise war die flasche schon ganz doll heiß und ganz wichtig sind auch die handschuhe weil sonst hat man unheimlich tolle bunte finger und bei den farben ist der vorteil man hat das fixier salz mit dabei was halt die farbe dann auch sicher macht dass sie halt bleibt bei mir hat es bisher funktioniert dementsprechend gehe ich davon aus dass das wirklich eine gute art ist batik zu machen und es gibt aber auch andere sets ob es jetzt beim großen a oder woanders es gibt schöne sets womit man das ganz gut ausprobieren kann und wie gesagt ich verdiene davon nichts ich kriege kein geld dafür und habe bisher alles selber bezahlt was irgendwie was ich gemacht habe was ich euch zeige und dadurch schaut euch gerne mal da oben und ich habe die farben selber direkt bei simplicool bestellt aufgrund dessen weil die halt da einfach die farbauswahl hatten diese die ich halt sonst so im dm oder so nicht gefunden habe aber auch bei dm bei rossmann oder so gibt es überall die farben und auch da könnt ihr dann schauen gehen ich hatte jetzt eine bestimmte vorstellung man ist ja so ein bisschen man will so ein bisschen gucken und dadurch hatte ich mich dann entschieden das ganze eben zu bestellen aber wie gesagt guckt auch woanders es gibt sie in jeder drogerie eigentlich ja die handschuhe hatte ich ja schon erwähnt als fun fact ich hatte auch schon mal keine handschuhe an und hatte unglaublich schöne bunte finger ja und ansonsten ich habe auch diesmal wieder die müllbeutel methode genommen um da einfach die dann so nehmen zu können wie sie sind und dann in die badewanne zu befördern und sie dort dann halt zwei drei stunden ziehen lassen zu können was aber auch jeder anders machen kann also für mich war es jetzt die beste methode um jetzt nicht überall schweinereien zu machen woanders habe ich schon mal gesehen da sind zwar auch mit tüten aber eben halt auch mit so einen alu schalen gearbeitet worden also probiert euch da mal aus beziehungsweise überlegt euch was für möglichkeiten habt ihr da in der wohnung und könnt dann daraus sicherstellen dass dann zum beispiel die farben nicht vermischen und die in ruhe ziehen können und wie gesagt so zwei drei stunden habe ich sie ziehen lassen und die sind jetzt alle nacheinander in in die badewanne zum ziehen gegangen als nächstes habe ich jetzt so ein langärmeliges shirt ich glaube es war einfach zu dünn weil es nicht ganz so geworden ist wie es mir jetzt so vorgestellt hatte es ist halt ein ganz ganz dünner stoff so ein weißer schon fast leicht transparenter und dadurch hier habe ich jetzt diese zupf methode genommen wo man so ganz schön zusammen zupft und so wie man sich das gerne möchte gibt aber eigentlich gar kein system und dann wird auf dem rumgeklext und hat auch was sehr sehr schön mediatives also ich hoffe ihr wisst was ich meine das hat so was schönes man kann so ein bisschen irgendwie im bachen was man will und muss nicht so viele regeln beachten und dadurch kann man sich da einfach mal locker machen und einfach nur entspannen ja auch dieses geht jetzt in die badewanne und geht dann erst mal für zwei drei stunden schlafen so und als nächstes habe ich dann gleich beide teile auf einmal zusammen fertig gemacht und habe einmal ein t shirt noch das mache ich wieder mit der schnecken methode also nicht ganz wie bei dem kopfkissen bezug dem ersten sondern halt dieses eindrehen und da könnte dann auch schauen entweder macht man es halt extrem akkurat oder man dreht sie halt einfach ein man nimmt sich einen punkt ob jetzt wie ich jetzt rechts unten in der mitte links oben oder so man kann sich diesen startpunkt wo man es eindreht aussuchen und dadurch dann eben auch entscheiden wo dieser zentrale punkt dann entsteht weil da entsteht dann so ein sehr typisches batik muster und das finde ich persönlich immer unheimlich schön und es gibt auch noch eins also ich habe tatsache diese zwei motive einmal diese schnecken und dann einmal diese zipfel methode da habe ich jetzt nämlich mit ganz vielen haushalts gummies diese kleinen zipfel gemacht ich habe diesmal auch ein paar mehr gemacht wer mein letztes video gesehen hat der weiß ich habe schon mal ein hoodie gemacht ich glaube da waren es einfach zu wenig beziehungsweise auch der stoff war relativ dick und ich hätte es glaube ich ein bisschen anders machen sollen aber es ist leider dann so geworden es ist nicht hässlich geworden aber ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt und diesmal habe ich es jetzt nochmal mit dem kopfkissen bezug probiert dass ich da ganz viele kleine zipfel gemacht habe und dort dann die farbe drauf geklext habe und wie gesagt das ist jetzt alles im zeitraffer ich will euch damit ja dann auch nicht immer so stressen wenn die videos unheimlich lang werden und dadurch hoffe ich dass das okay ist so wie es aktuell mache wie gesagt schreibt mir gerne rein wenn ihr irgendwie infos braucht wenn ihr fragen habt wenn ihr kritik auch habt ist überhaupt nicht schlimm wenn ihr dann mal schreibt mensch ich würde mir das gerne anders wünschen oder kannst du mal gucken ob du vielleicht das anders zeigen kannst oder so aber ja ansonsten ich freue mich aktuell immer sehr wenn ich neue abonnenten kriege wo ich immer denke oh wie schön da hat sich noch einer für den kanal entschieden vielen vielen dank auf jeden fall jeden einzelnen an euch es ist für mich so schön das zu sehen weil das für mich so ein schönes hobby mittlerweile geworden ist und es ist wirklich ein hobby ich habe im hauptberuf und ich mache das ohne mich gerne nebenbei und tobe mich durch die ganzen die ja weiß jetzt was man so machen kann aus es gibt favoriten die ich habe und ähm also wer gerne möchte ich freue mich sehr und ich begrüße jeden einzelnen abonnenten jeden einzelnen daumen nach oben der kommt und ähm also scheut euch nicht und kommt gerne ich lade übrigens in der regel immer sonntags hoch und ähm je nachdem eine richtige zeit habe ich noch nicht komplett ich habe versuch es immer zu um 12 ähm aber ich lade ja auch immer noch ein musikvideo hoch wo ich bei live bands war und ähm da das versuche ich dann mal danach hochzuladen gegen 16 uhr aber es gibt keine wirkliche feste zeit aktuell noch nicht und freue mich dann wenn ihr trotzdem vielleicht auf den sonntag gerne vorbeischauen wollt so das ist mein letztes stück jetzt und jetzt seht ihr dann auch gleich die ergebnisse das heißt nach den zwei drei stunden wird es ordentlich ausgespült wird ordentlich ähm dann auch noch mal gewaschen ich habe auch in der waschmaschine noch mal ähm das fixiersalz dazu getan und beim ausspülen bitte daran denken die gummis noch drinnen lassen weil sonst könnte eventuell die farbe sich vermischen und ähm das wäre natürlich unheimlich schade wenn dann einfach dadurch das ergebnis so ein bisschen verfälscht wird und hier seht ihr das ergebnis ähm von zwei stücken also ich habe ein stück weit dann geschaut was ist als erstes trocken und hab's dann dementsprechend gefilmt und äh ja hier ist das shirt hier seht ihr auch ich habe ja rechts unten angefangen und da seht ihr auch wo das muster losgeht das heißt da entsteht dann so eine art halbkreis und ich finde die farben sehr schön geworden ich mag ja so ein petrolblau und äh liebe es sehr mein kleiderschrank besteht aus sehr vielen äh solche mit so einer farbe und also dementsprechend finde ich es persönlich sehr sehr schön geworden und hab's nicht bereut dass die farben jetzt auch intensiver sind ja und das ist mein erster kopfkissen bezug das ist der den ich wie eine ziehharmonika gefaltet habe und dann als schnecke gedreht habe ihr seht die kleckse sind da ausnahmsweise sehr regelmäßig also für batik wirklich sehr regelmäßig und äh ich lieb's weil man kann's eigentlich fast so jeder bettwäsche aufziehen und hat dadurch dann ähm ich hab ja aktuell meistens noch kissenbezüge mit 80 x 80 hab aber selber ein kissen was nur 40 x 80 ist ich glaube das problem kennen einige die gerne mit den kleinen kissen schlafen und dadurch macht sich das ganz gut wenn man dann zwei kopfkissen bezüge hat nämlich das was jetzt noch kommt das andere ähm und äh das ist mit den zipfeln jetzt gewesen da ist irgendwie mir auch das petrol so ein bisschen hat es ein bisschen überhand genommen wenn man es so sagt ähm wie gesagt ich finde es toll ich habe auch eine bettwäsche in petrol also yippie ich habe auch dafür dann einen kopfkissen bezug um diesen dann auch zu benutzen und das die passen letztendlich beide sehr sehr schön dazu habe auch eine rote bettwäsche wo ich dann halt eben das andere nehmen würde weil das einfach da farblicher mit zupasst also auch da wenn ihr ganz viele farben habt und sowas zum beispiel gerne ausprobieren wollt das ist dann so multi kulti mäßig könnt ihr das dann überall mit hin machen und genau also es hat sich für mich zumindest gelohnt ich glaube ich mache die kopfkissen bezüge bestimmt auch nochmal und versucht dann vielleicht finde ich noch irgendwo eine technik die vielleicht auch mal noch mal was ganz anderes ist damit ich euch noch mal ein paar techniken auch zeigen kann ich habe es jetzt im moment ja nur mit den farben gemacht beziehungsweise einmal batik hatte ich noch mit naturfarben was ich auch übrigens sehr sehr spannend fand und ja das hier ist jetzt übrigens dieses lange dünne weiße fast transparente shirt jetzt gewesen das war wie gesagt ist jetzt nicht so ganz mein favorit aber ich glaube ihr wisst was ich meine und finde es halt nicht ganz so schön jetzt geworden aber ich glaube dass es einfach der falsche stoff war es war einfach nicht so schön dass ich hätte da die farbe wahrscheinlich so schön verteilen können und dadurch ist das leider nicht so richtig schön geworden ja ich hoffe euch hat das video ansonsten gefallen ich freue mich über lobkritik fragen und freue mich auch über einen daumen nach oben oder eben ein abo wenn jemand gerne wieder kommen möchte und nichts verpassen möchte also gerne und ich wünsche euch einen wunderschönen vierten advent ich werde am nächsten sonntag dann auch wieder hochladen ich muss mal schauen was ich dann mache ich werde es wahrscheinlich terminieren weil ich weiß sind dann einfach feiertage ja und dementsprechend bis dann